Hallo und herzlich willkommen zurück zu meiner nächsten Folge Resident Evil 3 und dieses Mal bin ich fest davon überzeugt, es wird die letzte Folge. Es wird die letzte Folge, das schwöre ich euch. Egal wie lange das jetzt noch dauert, ich werde es jetzt von diesem Punkt an durchziehen bis zum Schluss. Aber vorher lesen wir uns mal einen Zettel über das Entsorgungszentrum durch. Entsorgungszentrum Vorschriften. Diese Einrichtung dient der Liquidation und Entsorgung von NES-2-Testpersonen. Die starke Lösungsmittel stellen sicher, dass jegliche biologische Materie im Behältnis, lebend oder tot, für die Entsorgung komplett aufgelöst wird. Bitte befolgen Sie alle Sicherheitsvorschriften bei der Benutzung des Entsorgungszentrums. Stellen Sie immer sicher, dass sich keine Mitarbeiter in der Kammer befinden, bevor Sie den Liquidierungsvorgang einleiten. Verwenden Sie stets die vorgeschriebene Menge an Lösungsmitteln, unabhängig von dem Volumen oder der Masse des zu entsorgenden Materials. Wenn eine Testperson gewalttätigt wird, stoppen Sie unter keinen Umstellung den Entsorgungsprozess. Lassen Sie die Kammer für mindestens 12 Stunden gefüllt und stellen Sie vor dem Trockenlegen eine vollständige Liquidation sicher. Müssen wir Nemesis jetzt auflösen? Was in Gottes Namen ist das hier? Das ist eine ausgezeichnete Frage, Jill. Wir kriegen Brandgranaten. Danke, also Granaten habe ich jetzt wirklich mehr als genug. Hoffe ich. Oh, und wie das nach Bosskampfgebiet aussieht. Ich habe ja jetzt schon eine fucking Idee, wie der Bosskampf aussehen wird. Vielleicht brauchen wir hier gar nicht so viel Munition, wie ich mir jetzt zusammengestellt habe. Oh, was haben wir denn hier? Nikolai, stopp! Die Stadt braucht den Impfstoff! Mehr als ich? Wie es scheint, sind meine Weisheiten immer noch nicht zu dir vorgedrückt. Ja, ja, Menschenleben sind unbezahlbar. Aber ich bin in diesem Geschäft, um bezahlt zu werden. Machen wir einen Deal. Du gehst runter, bekämpfst den Nemesis und ich filme alles und verkauf die Kampfdaten. Gib mir eine gute Show und vielleicht verzichte ich auf den Impfstoff. Deal? Gut. Immerhin lässt er sich auf den Deal ein. Würdest du es bitte bleiben lassen? Ich habe keinen einzigen Heilgegenstand. Ich habe keinen einzigen Heilgegenstand. Was kann ich hier machen? Ich muss doch hier irgendwas machen können. Irgendwas muss ich hier machen können. Ach nein, das hier unten... ...ist die Kammer, wo die Reste entsorgt werden. Das heißt, ich kann maximal die Leiche von Nemesis... Ich habe keine Ahnung, was ich machen kann. Ich bin total überfordert hier schon wieder. Wenn es so bleibt... ...ist ja alles in Ordnung. So, Jill, renn mal bitte weiter. Nachladen. Weiterschießen. Jetzt muss ich nachladen. Nicht gut. Du hast doch gar nicht nachgeladen. Ich bin tot. Aha, das ist doch mein ausgezeichneter... ...Hinweis. Okay. Dann zielen wir da wohl mal hin. So, das können wir überspringen. Oh, da war der Tentakel länger als ich dachte. Und da ist die Reichweite kürzer als ich dachte. Irgendwie hat das gar nichts gebracht. Klettert er irgendwann da hoch? Dass mir das was bringt. Okay, Kumpel. Hör du mal auf, mir... ...auf den Sack zu gehen. Nachladen. Latt nach. Ich halte für dich ausschau. Wie du hältst für mich ausschau. Schieß. Pass auf! Pass auf! Pass auf! So, jetzt habe ich Sprandgranaten. Ich habe keine Ahnung, ob die auch Explosionsschaden machen oder nur Feuerschaden. Okay, da geht wieder hoch. Lade nach. Äh. Nein, 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 nein. Ich bleib bei Granaten. Oh Gott. Was? Ich habe aus dem Spiel rausgetappt. Verdammter Mist. Wie kann das denn passieren? So, jetzt habe ich nur noch die Minengranaten. Okay, also ich kann dir auch direkt an den schießen, da muss er drüber laufen. Ich schicke dir den Kran. Kletter dran, hoch. Oh my. Komm schon. Komm schon. Jill, bleib zurück. Jetzt steig drauf. Ich werde den Scheißkerl einschmelzen. Okay, ich treff dich weiter vor. So, haben wir ihn jetzt endgültig besiegt oder nicht? Oder doch? Ich muss den Impfstoff zurückbekommen. Stimmt, jetzt gibt es ja noch den Impfstoff. Oh, ich kann speichern. Schauen wir erst mal noch ein paar Granaten. Mein Inventar ist leer. Hättet ihr gedacht, dass wir mal in diese Situation kommen? So, jetzt kombinieren wir hier mal ein bisschen rum. Das mit dem, was gibt es? Säure. Das mit dem gibt, Brand. So, ich habe jetzt nichts mehr. Wenn da noch ein Kampf kommt, kann ich potenziell sterben. Erst mal wird gespeichert. Puh, da muss ich jetzt erst mal ein bisschen runterfahren. So. Alles nachladen, was ich noch nachladen kann. Ich muss da lang. Das ist so eine riesen Fläsche, das ist doch 100 pro wieder ein Bossgebiet. Erledigt. Gib mir den Impfstoff, du gieriger Mistkoll. Nein, nein, nein. Du bist Geld wert. Ich mache. Das wird eine lange Partnerschaft. Runter mit der Waffe. Hast du hier sowas Erstauliches gesehen? Die Daten darüber wären Millionen wert. Aber, du weißt, wie es ist. Die Stadt wird hochgejagt. Leben sind unbezahlbar. Viel Glück. Nikolai! Jill! Schnapp dir Nikolai. Er hat den Impfstoff. Was ist mit dir? Uns läuft die Zeit davon. Ich pack das schon. Klar tust du das. Hör zu. Nur, dass du es weißt. Es ist das letzte Mal. Alter! Ich muss doch safe das Herz hier treffen. Ausgabe macht es öffnen. Das gefällt mir schon besser. Oh! Alter! Ohohohoho! Dann laden wir mal den Akku. Das tut dir weh, was? Willst du noch mehr? So, ich muss auf jeden Fall... Hm, okay. Stück für Stück. Oh Gott, das sind ja mehrere von den Dingern. Oh, werde ich da jetzt von Säure getroffen? Ich habe keine Heilung. Ich habe keine Heilung. Ich habe keine Heilung. Nein, es wird nicht leichter gemacht. Spiel. Nein, es hat ihm... ...nett Larm gelegt... ...und keinen Schaden zugefügt. So, laden wir erst mal nach. Komm schon! Jetzt einmal konzentrieren. Nein, Nikolai, du brauchst mir jetzt nicht auf den Sack zu gehen. Wie viel Gesundheit? Ich bin ja jetzt schon hart verletzt. So, erstmal gehen wir direkt hier hin. Hui! Fangen wir direkt damit mal an. Wie oft müssen wir denn damit treffen? Dreimal. Mehr. Weniger. Das tut dir weh, was? Willst du noch mehr? Ich wollte aufhören. Okay, eine Pustel... Oh, meine, das ist mit Larm gelegt. Also, er ist halt entlang Larm gelegt. Es ist halt... Nennen wir es mal ekelhaft. Ups, nein. Kein Highlighter mehr. Sehe ich das richtig? Ich habe nichts mehr. Ich muss da jetzt irgendwie durch, ohne getroffen zu werden. Da ist ein Halsperr, ich vollidiot. Und noch ein Dokument. Waffenspezifik... Waffenspezifikationen. XXXX-Geschwärts. Bezeichnung des Projekts. Ferromagnetische Infanterie-Railgun der nächsten Generation. Oh Gott. Entwicklungscodename Finger. Entwicklungsleiter, leitender Forscher des NES-2, Colonel Garner. Entwicklungsunterstützung United States Army. Kaliber 60 mm. Mündungsgeschwindigkeit 6000 Millisekunden. Eliminierung von Biowaffen im Falle eines Ausbruchs. Zusätzliche Hinweise. Die extreme Feuerkraft hat den zusätzlichen Nutzen, dass sie das Ziel komplett vernichtet und nicht zurücklässt. Nutzerfeedback. Das Teil ist total cool. Tyrant will sich nicht benehmen. Gib ihm den Finger und das Problem ist gelöst. Hat die Feuerkraft, die wir brauchen. Wäre noch besser, wenn man die Leistung justieren könnte. Die Beweglichkeit könnte sich im Feld als problematisch erweisen. Vielleicht könnte man die Plattform verbessern. Sie benötigt mehrere Stromquellen. Diese sicherzustellen, könnte in der Praxis schwierig sein. Könnte man diese in einer Stromquelle konsolidieren? Ja, das haben wir schon festgestellt und das ist eine ausgezeichnete Frage. So, einen Treffer von Nemesis stecke ich ein. Danach benutze ich mein Heilspray. Und los geht's. Das ist gut. So. Ich hoffe, dass zwei Schuss reichen. Das habe ich natürlich nicht nachgeladen. Hör auf, hör auf, hör auf. Hör doch früher auf. Das war dumm. Das war einfach dumm. Wenn er es schafft, sie zu packen, während sie bla bla bla... Es muss ja noch nicht mal so weit kommen. So, diesmal bitte noch mal richtig mit Konzentration und mit vollen Waffen und so weiter und so fort. Nachladen und nachladen. Hier habe ich nichts mehr zum Nachladen. Ich bleibe bei der Magnum. Da liegen Sachen. Pistolen Munition. Ich habe keine Pistole dabei. Lässt sich aber ändern. Beim nächsten Versuch. Was passiert eigentlich, wenn ich alle pustel von dem Zerstörer? Muss ich das vielleicht machen? Das tut dir weh, was? Willst du noch mehr? Ja. Ah, das macht doch alles auf einmal so viel Sinn. Jetzt kommt bitte ein bisschen schneller. Noch zwei Sprungquellen aktivieren. Aha. Ist in Arbeit. Ist in Arbeit. Kriege ich zwei vollständig hin? Ja. Noch eine Sprungquelle aktivieren. Ich bring dich gleich wieder zu Boden. Heilen, heilen, heilen. Heilen, heilen. Jetzt sind alle kaputt. Und jetzt schiebe ich das Ding da hinten rein. Und gebe ihm dann den nächsten Schuss mit der Super-Mega-Finger-Kanone. So. Komm, bitte. Bitte reichen zwei. Komm, bitte. Das nächste Mal, dann fiss dich einfach. Den bin ich los. Oh Gott, wir haben es geschafft. Ich glaube, wir müssen den frisch freigeschossenen Weg entlang gehen. Vielleicht auch nicht. Ah, hier geht es lang. So, jetzt gehen wir uns noch den Impfstoff holen. Nikolai, du kleiner Drecksack. Hinterher. Mal gucken, ob Carlos den schon erwischt hat. Ach, diese epische Heldenmusik. Nachdem der Held irgendwas Cooles geschafft hat. Das stimmt. Das hoffe ich auch. Ich kann ihn noch einholen. Ich will es doch hoffen. Ich kann mir vorstellen, dass an so einer hektischen Stelle noch irgendwo so ein Mr. Wackel Charlie steht. Lass mich nicht auf. Habt ihr das hier versprochen, oder? Hast du eine Ahnung, was du gerade getan hast? Weiß nicht. Mir egal. Mein Klient hat mir befallen, Umbrella auszuschalten. Zehn Minuten bis zum Raketeneinschlag. Die Rakete wurde gestartet. Zeit zu geben. Leb wohl. Das war ein Teil. Schade, dass du nicht hören wolltest. Ich kann nicht. Ich treff dich. Ich kann nicht. Mach schon. Du musst einfach... Es geht nicht anders. Oh Gott. Wenn ihr wüsstest, wie wackelisch das gerade war. Hey. Ich sag doch, ich lass dich nicht allein zurück. Dass wir einfach zu graus haben. Was ist mit ihm? Wieso das alles? Es gibt für alles einen Preis. Selbst die Welt brennen zu lassen. Für wen arbeitest du? Ich sag's dir, wenn du mich herausbringst. Ich bezahle, was immer du willst. Du bist ein Narr. Du bist ein Narr. Wenn ich sterbe, erfährst du die Wahrheit nie. Ein paar Ermittlungen machen wir nicht. Jill, alles okay? Da ist er. Es ist endlich vorbei. Ich fühlte mich leer und kalt, als die Hetze der Explosion uns erreichte. Die wahre Ursache dieser ganzen Tod war kein Virus. Es war Gier. Menschlicher Gier. Da fasste ich einen Entschluss. Die Asche von Raccoon City soll auch die Asche von Umbrella sein. Ich erledige sie. Ein für allemal. Oh mein Gott, das war ja jetzt schon ein bisschen anstrengend. Das ist episch geil. Ich muss das Ganze jetzt erstmal ein bisschen sacken lassen. Uiuiuiuiuiuiuiui. Okay. Okay. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich muss sagen, es war ein sehr, sehr geiles Spiel. Es hat mega Spaß gemacht. Auch wenn es stellenweise anstrengend war. Frustrierend. vielleicht ein bisschen stellenweise. Ich hab mich ab und zu mal ein bisschen geärgert. Das habt ihr vielleicht mitgekriegt. Aber es war ein super, super geiles Spiel. Es hat echt mega Spaß gemacht. Also ich sag mal, den direkten Vergleich zwischen dem Remake und dem klassischen Resident Evil kann man so gesehen gar nicht ziehen, denn bei Resident Evil 3 beim klassischen hat man viele Locations besucht, die man hier gar nicht besucht hat. Also sei es der Uhrenturm, der angerissen wird, in Tankstelle, man kommt noch mal in dieses Lagerhaus zurück, wo sich der Typ am Anfang in den Container eingesperrt hat und so weiter. Aber es macht nichts. Es war ein geiles Spiel. Es hat mir mega Spaß gemacht. Ich hab jetzt bis auf die ersten drei Folgen glaube ich, den Rest am Stück durchgesuchtet. Deswegen bin ich jetzt auch ein bisschen blatt. Ich glaube, ich hab jetzt fünf Stunden je gehockt und dieses Spiel gespielt. Meine Fresse, ist das geil. Mir gefällt's. Mir gefällt's. Und ich bin gespannt, in welche Richtung das weitergeht. Wird's ein Remake vom Vierer geben? Von Fünf und Sechs brauche ich kein Remake. Die Spiele sind so, wie sie sind. Wird's bald Resident Evil 8 geben? Ich hab keine Ahnung. Aber ich hoffe, dass es alles so bleibt, wie's ist. Das Dreier war jetzt noch mal ein bisschen actionlastiger als das Zweier. Finde ich überhaupt nicht schlimm. Ach, ich bin einfach begeistert. Ich fand's super. Ich hoffe, dass euch das Spiel auch so gut gefallen hat wie ich. Dass ihr so begeistert seid wie ich. Wenn ihr das anders seht oder wenn ihr irgendwelche Kritikpunkte habt an dem Spiel, lasst es mich auf jeden Fall wissen. Da würde ich mich gern mit euch drüber unterhalten. Finde ich super interessant. Ja, ich bedanke mich bei allen, die bis jetzt dabei waren, die das Projekt verfolgt haben und bis zum Schluss dabei waren. Hammer! Super! Also, ich freue mich mega, dass ihr dabei wart. Ja, ihr könnt euch theoretisch auch nochmal mein Let's Play zu Resident Evil 1 und 2 angucken. Falls ihr irgendwelche Storyfragen habt, die ich mal in den Raum geworfen habe. Vielleicht kennt ihr die Story, ich weiß es ja nicht. Auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr dabei wart bis zum Ende. Ich habe noch keine Ahnung, was mein nächstes Projekt sein wird. Das entscheide ich spontan und ja, lasst es euch gut gehen, bleibt gesund, fangt euch kein Virus ein. Corona. Ja, und werdet als Rechner zum Zombie. Ich verabschiede mich, ich lasse den Abspann weiterlaufen und bedanke mich nochmal sehr fürs Zuschauen. Und damit, wie immer, verabschiede ich mich von euch von euch, haut rein. und 2 2 3 4 5 6 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018